Wenn mir was Neues einfiel, dann wollte ich das in der Öffentlichkeit sehen. Ich wollte es mitteilen, ich wollte es auch, dass die Leute es akzeptieren und nicht in einer wunderschönen Schatulle in der Welt gelegen haben. Das war nicht mein Bild. Es war ein Slalom zwischen Parolsetzungen oder Dinge zu erfüllen waren und einer optimalen Lösung. Aber am Schluss war das Bild immer mein Bild. Ich wusste genau, wann es mein Bild war und dann habe ich aufgehört zu fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.